Musik Ihr benötigt 2 Gläser Sauerkirschen, 0,5 Liter Milch, 6 zusätzliche Esslöffel Milch, 450 Gramm Butter, 180 Gramm Zucker, 2 Esslöffel Kakaopulver, 1 Esslöffel Zucker extra, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillepudding, 6 Eier, 50 Gramm Puderzucker, 400 Gramm Mehl, 3 Teelöffel Backpulver, 200 Gramm Halbbitterkuvertüre und 25 Gramm Kokosfett. Und dann, wie Ihr nach Lust und Laune wollt, noch Sachen zum Dekorieren und Verzieren. Zunächst einmal müssen wir die Kirschen abtropfen lassen. Dann werden die Zutaten für den Teig in folgender Reihenfolge verrührt. Erst Butter, dann den Zucker dazugeben, dann das Salz, dann die Eier einzeln unterrühren, dann das Mehl und Backpulver dazugeben und zum Schluss noch die Milch. Den Backofen bei Ober- und Unterhitze auf 180 Grad vorheizen, bei Umluft braucht nicht vorgeheizt werden und bei Umluft reichen 160 Grad. Die Hälfte vom Teig wird auf ein gefettetes Backblech gegeben, wenn man jetzt eine richtige Donauwelle macht. Ich habe es in verschiedene Formen reingegeben, um einfach eine Leseratte formen zu können. Den übrigen Teig verrühren wir mit Kakao und Milch. Der dunkle Teig kommt dann auf den hellen Teig, einfach drauf gestrichen. Oben kommen die Kirschen drauf und die werden auch ganz leicht in den Teig eingedrückt. So, der Kuchen kommt dann in den Ofen und muss dort ca. 30 Minuten backen. Dann muss der Kuchen kalt werden. Für den Belag wird das Puddingpulver mit einigen Esslöffeln Milch und Zucker verrührt. Die restliche Milch muss aufkochen und das angerührte Pulver gründlich untergemischt werden. Nach der Packungsangabe vom Pudding wird das Ganze gekocht. Dann muss er gut abkühlen und dabei müsst ihr ihn auch öfters umrühren, da sich sonst eine Haut bildet. Die Butter und der Puderzucker werden schön cremig verrührt und dann kommt der Pudding löffelweise unter die Masse und wird dann auf den kühlen Teig gestrichen. Zum Schluss muss die Kuvertüre und das Kokosfett in einem Wasserbad aufgelöst werden. Und dann kann man das auf den Belag streichen. Ja, das war es im Grunde schon. Schmeckt super, super lecker, wenn man die richtigen Zutaten benutzt. Ich wünsche euch guten Appetit, falls ihr das Ganze nachbacken wollt und lasst es euch schmecken. Bis dann, eure Leseratte. Tschüss! 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 Tschüss!